Automatisieren, eine Maske erstellen lassen, die perfekt fürs Schärfen ist. Darum geht's heute. Herzlich willkommen in diesem Video. Schön, dass du mit eingeschaltet hast. Mein Name ist Rick und wir schauen uns heute eine Methode an, wie du eine sogenannte Konturenmaske erstellen kannst, und zwar die dir einfach eine gute Ausgangsbasis gibt, also eine gute Maske, mit der du nachschärfen kannst, und zwar eigentlich nur wirklich Außenkonturen, also weniger innere Flächen, das heißt, wenn du einen Scharfzeichnungsfilter auf eine Ebene anwendest, dann wirkt er sich auf das komplette Bild aus. Und da hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du malst die einzelnen Partien ein, die du nachschärfen möchtest, oder du machst das vielleicht über eine sogenannte Konturenmaske. Und über diese Konturenmaske kannst du natürlich das viel detaillierter steuern, dass es halt wirklich nur auf die Außenkanten läuft. Und das kannst du natürlich noch kombinieren mit weiteren Scharfzeichnungsmethoden, dass du zum Beispiel helle und dunkle Bereiche voneinander trennst, oder, 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 das gucken wir uns jetzt alles mal an. Und im Grunde ist das gar nicht so schwierig, denn wir machen folgendes. Wir legen uns mal ein Duplikat von unserer Hintergrundebene an. So, wenn du natürlich jetzt hier ganz viele Ebenen hast, dann machst du natürlich kein Duplikat von deiner Hintergrundebene, sondern legst alle Ebenen auf einer neuen Ebene zusammen. Das machst du mit Shift, Alt, Command und E. Dann hast du nämlich alles auf eine neue Ebene zusammengefasst. So, aber wir haben ja nur die Hintergrundebene, deswegen machen wir einfach ein Duplikat. Und jetzt ist es eigentlich relativ simpel. Wir werden auf Filter, Stilisierungsfilter, Konturen finden gehen. Und schauen wir mal, was passiert. Das Ganze wird in eine Kontur umgewandelt. Und wenn wir das Ganze jetzt zum Beispiel über eine Einstellungsebene umkehren, negativ machen, dann haben wir eigentlich schon eine sehr gute Konturenmaske. So, und wir könnten jetzt noch eine Ebenemaske schwarz-weiß drüberlegen, damit das halt auch wirklich schwarz und weiß ist, wie bei einer Ebenemaske. Da muss man allerdings jetzt aufpassen, denn hier haben wir halt die Möglichkeit, und du hast es schon gesehen, im Bad viel mehr Konturen noch zurückzuholen. Und das ist genau das, was ich als Feinabstufung haben möchte. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch Folgendes machen. Wir werden zum Beispiel mal eine Gradationskurve anlegen. Und diese Gradationskurve darf ich nutzen, um zum Beispiel die einzelnen Bereiche noch weiter zu steuern. Also, ich lege mir hier mal zwei Ankerpunkte fest und ziehe mir mal einen Punkt hier unten, den ich einfach abdunkele. Und du siehst, dass jetzt nur noch Teilbereiche da bleiben. Und das ist richtig cool, denn so kann ich nämlich mit der Gradationskurve ganz einfach das Ganze noch ein bisschen fein steuern. Vorher, nachher, du siehst, dass gerade hier im Hintergrund das Ganze so ein bisschen verschwindet. Jetzt machen wir noch Folgendes. Wir gehen auf unsere Ebene und wenden hier einen Weichzeichner an. Und zwar Filter, Weichzeichnungsgalerie, Gauscher Weichzeichner. Und zwar mit einem ganz, ganz geringen Wert. Denn so ist das natürlich viel zu hart und sieht auch nicht wirklich schön aus. Deswegen gehen wir mal auf Pi mal Daumen 0,6, 0,7 in diesem Beispiel. Das ist immer so ein bisschen Variable von deinem Bild. Also je nachdem, wie groß dein Bild ist, musst du ja natürlich andere Werte wählen. Und jetzt drücke ich mal OK und zack, haben wir hier eine Konturenmaske. Und wir gehen jetzt einfach mal auf Kanäle und ziehen uns einfach mal mit gehaltener Command- bzw. Steuerungstaste und einem Klick auf den RGB-Kanal eine Luminanz auswahl. Das heißt, wir ziehen uns jetzt alle Helligkeiten raus. Legen uns einfach mal zum Beispiel eine Gruppe an und legen diese Auswahl als Ebenenmaske. Solange die Auswahl aktiv ist, können wir hier auf das Maskensymbol drücken und dann wird das ja als Ebenenmaske im Prinzip angehängt. Und jetzt können wir alle unsere Ebenen hier ausblenden. So, und jetzt duplizieren wir uns nochmal unsere Hintergrundebene, schieben die mal in die Gruppe rein, denn jetzt wirkt sich diese Ebenenmaske ja nur auf diese Hintergrundkopie aus. Und jetzt können wir Folgendes machen. Ich werde das Ganze mal in ein Smart Object konvertieren und gehe jetzt mal auf einen Scharfzeichnungsfilter, und zwar unscharf maskieren beispielsweise. Zoom jetzt mal rein und werde jetzt mal sehr extreme Werte wählen. und du siehst schon, was passiert. Wir schärfen wirklich, okay, das ist jetzt ein bisschen sehr extrem, man sieht das hier vorne. So, vorher, nachher. Du siehst, was wir hier für Details rausholen. Sehr, sehr, sehr genial. Und wenn wir jetzt mal die Maske deaktivieren und wieder aktivieren, dann siehst du, was hier passiert. Das wäre Schärfen über das ganze Bild, das heißt ohne Maske. Und das ist das Schärfen mit Maske. Also wirklich selektiv, partiell auf die einzelnen Bereiche, die wir eigentlich nachgeschärft haben wollen. Ja, oder wo das halt eigentlich Sinn macht. Sehr, sehr genial. Wir machen das Ganze jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Das heißt, wir duplizieren uns unsere Hintergrundebene. Also unser eigentliches Bild. Gehen auf Filter, Sterilisierungsfilter, Konturen finden. Wandeln das einmal um, also invertieren das. Sagen, wir möchten das Ganze in Schwarz-Weiß haben. Dann legen wir uns eine, beispielsweise Gradationskurve an. Verfeinern unser Ergebnis. Und werden dann einen Weichzeichner auf unsere Hintergrundebene anwenden. Also auf die, die wir mit dem Filter versehen hatten. Sagen, okay. Ziehen uns dann eine Auswahl von dem RGB-Kanal. Ja, ich dupliziere mir meine Hintergrundebene jetzt nochmal und lege dort die Auswahl als Maske an. Zack. Und jetzt kann ich hier meinen Scharfzeichnungsfilter anwenden und scharf maskieren. Und habe somit wirklich durch diese Maske partiell nachgeschärft. Sehr, sehr cool. Und jetzt will ich dir noch eine Methode zeigen, wie man das Ganze auch auf einer einzigen Ebene machen kann. Und dazu machen wir folgendes. Wir duplizieren uns unsere Hintergrundebene und wandeln diese sofort in ein Smart-Objekt um. Das heißt, rechtsklick auf die Ebene in ein Smart-Objekt konvertieren. Und jetzt machen wir folgendes. Alles, was wir mit Einstellungsebene gemacht haben, machen wir jetzt direkt auf unsere Ebene. Also, wir wenden einmal den Filter, Sterilisierungsfilter, Konturen finden an. Dann gehen wir auf Bild, Korrektur und sagen Umkehren. Dann Bild, Korrektur, Schwarz-Weiß. Okay. Bild, Korrektur, Gradationskurve. Jetzt können wir das wieder ein bisschen abdunkeln. Zack. Sagen Okay. Und jetzt gehen wir auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Gauscher Weichzeichner. Und Zeichner ist ein bisschen weich. Und jetzt hast du alles richtig schön smart auf einer Ebene, auf ein Smart-Objekt. Und kannst hier mit einem Doppelklick natürlich in die einzelnen Einstellungen wieder zurückgehen. Ähnlich, wie wir das mit den einzelnen Ebenen hier oben hatten. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel mit der Aktion Schärfen verknüpfen, die du von mir kennst. Also ich lege mal eine neue Gruppe an und jetzt dupliziere ich mir zweimal meine Ebene. Ja, das ist dunkel und das ist hell. Jetzt nehme ich mir die beiden Ebenen, verschiebe die in diese Gruppe hinein, wo diese Konturenmaske dranhängt. Und wandle die beiden Ebenen in ein Smart-Objekt um. So, und jetzt kann ich zum Beispiel Scharfzeichnungsfilter und Scharf maskieren wählen, den einmal da dranhängen und das gleiche nochmal bei dunkel. Und jetzt kommt allerdings der Clou und zwar dunkel bekommt den Ebenenmodus abdunkeln und hell bekommt den Ebenenmodus aufhellen. Und das hat jetzt einfach folgenden Effekt, dass ich die Helligkeiten im Scharfzeichnen unterschiedlich steuern kann. Das heißt, hier schärfe ich wirklich nur die dunklen Bereiche nach, die ich hier tatsächlich auch mit einem viel, viel höheren Wert nachzeichnen kann. Währenddessen hier nur die hellen Bereiche nachgeschärft werden. Und so kannst du sehr, sehr smart, sehr clever deinen Schärfeprozess aufbauen mit einer Konturenmaske, mit differenzierten Scharfzeichnungsebenen. Das heißt, differenziert auf hell und dunkel. Und, aber es geht ja primär eigentlich um die Konturenmaske und wie gesagt, die kannst du halt wunderbar dafür benutzen, um automatisierte Masken erstellen zu lassen, die dir letzten Endes beim Scharfzeichnen einfach sehr gut unter die Arme greifen. Dich sehr gut unterstützen und zwar wirklich kleine Details, kleine Konturen, je nachdem was für Werte du an sich willst, dann nachschärfen kannst. Ja, ich hoffe das Ganze hat dir gefallen. Lass mir gerne einen Daumen da, abonniere den Kanal, aktiviere auch die Glocke, dann verpasst du zukünftig keine Videos mehr. Und schreib mir unten mal in die Kommentare, wie du mit solchen Bereichen umgehst. Das heißt, erzeugst du dir Masken, malst du die alle selber, baust du dir andere Filterkombinationen, um genau solche Effekte zu erzielen? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video, ich freue mich drauf, bis dann, ciao.